Willkommen zu Synomeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Diese Videoreihe hat das Ziel, einzelne Themen der Anwendung von Synomeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute kommen wir zum fünften Teil unserer speziellen Videoserie, bei der sich thematisch alles um die flexible CNC-Programmierung dreht. Im vorherigen Video hatten wir uns mit Kontrollstrukturen befasst. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Unterprogrammtechnik für die flexible CNC-Programmierung. Auch für das Arbeiten mit Unterprogrammen rate ich dazu, einen digitalen Zwilling der CNC zu nutzen. Wie schon erwähnt, verwende ich hierfür RunMyVirtualMachine, die virtuelle Synomeric One. Damit kann man Zyklen für die eigenen Bearbeitungsaufgaben erstellen und sicher am PC testen, bevor es an die Maschine geht. Zuerst zeige ich Allgemeines zur Nutzung von Unterprogrammen in Synomeric auf, um dann im zweiten Teil darauf einzugehen, wie man eigene Anwenderzyklen erstellen kann. Was ist nun der Sinn bzw. der Vorteil beim Einsatz von Unterprogrammen? Man könnte den Fertigungsauftrag ja auch linear in nur einem CNC-Programm hinterlegen. Warum soll man also Unterprogramme oder einen eigenen Anwenderzyklus schreiben? Der Einsatz von Unterprogrammen führt zu übersichtlicheren, besser lesbaren Programmen, die zudem auch weniger Speicherplatz benötigen. Und ein sehr großer Vorteil beim Einsatz von Anwenderzyklen ist, dass hier auf bereits schon getestete, parametrierbare Programmteile zugegriffen werden kann. Betrachten wir einmal den Aufbau der Schachtelungen genauer. Die maximale Schachtelungstiefe der Synomeric-Unterprogrammtechnik beträgt 17. Mit der obersten Ebene sind es also in Summe 18 Ebenen, Programmebenen, die Synomeric managen kann. Gehen wir einmal vom Hauptprogramm in der obersten Ebene aus. Von hier rufen wir unser erstes Unterprogramm auf. Von diesem Unterprogramm können wir ein weiteres Unterprogramm aufrufen und so weiter. Maximal können so insgesamt zwölf Unterprogramme aufgerufen werden. Bis zu drei weitere Programmebenen sind dann noch für Synomeric-Technologiezyklen vorgesehen, die man somit hier aufrufen könnte. Und weitere zwei Ebenen sind für Interrupt-Routinen reserviert. Genutzt werden diese zum Beispiel von Werkzeugbruchsystemen. Wie man sieht, stehen dem Anwender also auch für komplexeste Fertigungsaufträge mehr als genug Programmebenen zur Verfügung. Wo können wir nun unsere Unterprogramme überhaupt ablegen bzw. wo befinden sie sich? Schauen wir uns dazu einmal die Suchreihenfolge und die Zugriffsrechte an. Zuerst wird das Unterprogramm im Ordner des aufrufenden Hauptprogramms dann im Sammelordner für Hauptprogramme gesucht. Danach folgt der Ordner für Unterprogramme, dann der für Anwenderzyklen. In diesen Ordnern könnte man sein Unterprogramm auch ablegen. Der nächste Ordner in der Reihenfolge ist der für Herstellerzyklen. Hier hat der Maschinenanwender aber kein Zugriffsrecht. Daher können wir das Unterprogramm hier nicht unterbringen. Auch im letzten Ordner der Suchreihenfolge, im Ordner Standardzyklen, können wir es nicht speichern, da hier nur Synomerik Zugriffsrechte hat. Auch sucht der CNC-Interpreter grundsätzlich nicht in benachbarten Werkstückordnern. Wenn das Unterprogramm aber doch einmal in einem anderen Werkstückordner liegen sollte, muss der Pfad explizit hierhin angegeben werden. Einfach im CNC-Editor unter Diverses, Unterprogramm, den Werkstückordner und das Unterprogramm auswählen und mit OK bestätigen. Schon steht der Unterprogrammaufruf mit der Pfadangabe im Programm. Um einen Unterprogrammaufruf zu erstellen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann einfach in einen CNC-Satz im Hauptprogramm den Namen des Unterprogramms schreiben. Und schon ruft der CNC-Interpreter unser Unterprogramm auf. Es ist auch möglich, den CNC-Sprachbefehl Call zu benutzen. Dann steht der Name des Unterprogramms in Hochkommata. Übrigens erstellt man so auch den Aufruf zu Unterprogrammen in benachbarten Werkstückordnern. Wenn wir in flexiblen CNC-Programmen die Unterprogramme indirekt aufrufen wollen, definieren wir einfach eine String-Variable, ordnen den Text zu und legen den Call-Befehl auf die Variable. Fertig! Noch ein Hinweis zur Handhabung von CNC-Programmen in Synomeric. Aus traditionellen Gründen existiert in Synomeric noch die Unterscheidung zwischen Hauptprogrammen mit der Endung MPF und Unterprogrammen mit der Endung SPF. Dies ist aber nur oberflächlich. Synomeric selbst behandelt MPF und SPF vollkommen gleich. Es ist daher auch egal, ob man im MPF ein SPF aufruft oder im SPF ein MPF. Auch die Unterscheidung zwischen M30 und M17 am Programmende ist nicht mehr nötig. Ein MPF kann mit M17 enden und ein SPF mit M30. So viel zur klassischen Unterprogrammtechnik. Kommen wir jetzt zu den Anwenderzyklen. Hier stellt sich als erstes die Frage, was ist überhaupt ein Zyklus? Gehen wir einmal von einem klassischen Unterprogramm aus. Einfach gesprochen sind das ausgelagerte Programmsequenzen, die mit einem Namen aufgerufen werden können. Beim Zyklus ist das im Prinzip genauso. Beim Aufrufen können aber zusätzlich Parameter mit übergeben werden. Beispielsweise kann beim Aufruf eines Bohrzyklus die Bohrtiefe direkt mit übergeben werden. Ein Zyklus ist also eigentlich nichts anderes als ein Unterprogramm mit Parameterübergabe. Zyklen sind dadurch flexibel handhabbar und müssen somit nicht ständig angepasst werden. Der Programmcode dieser getesteten Programmsequenzen muss deshalb nicht für alle zugänglich im Programmmanager liegen. Anwenderzyklen sind nicht innerhalb der herkömmlichen Ablagestruktur für CNC-Programme zu finden. Deshalb wechseln wir in den Bedienbereich Inbetriebnahme, geben hier zuerst das Passwort Customer ein und wechseln dann in die Maske Systemdaten. Von hier navigieren wir über den Ordner NC-Daten zu Zyklen und dann zu Anwenderzyklen und drücken jetzt auf Neu, um einen Namen zu vergeben. Bei der Vergabe des Namens unbedingt eine Namensgleichheit mit Zyklen des Maschinenherstellers und der Sinumerik-Zyklen vermeiden. Bei einer Namensgleichheit gibt es zwar keine Fehlermeldung, aber der CNC-Interpreter hört mit seiner Suche auf, sobald der eigene Zyklus gefunden wurde. Die Siemens- und die Herstellerzyklen sind dann deaktiviert, was wir ja nicht wollen. Der Anwenderzyklus ist hier bereits im CNC-Editor geöffnet. Der erste Befehl in unserem Zyklus lautet PROC. Das steht für Procedure. Auf den Befehl folgt der Name, in unserem Fall MyTrillCycle. Und genau das ist der Name, mit dem der Zyklus aufgerufen wird. Anders als normale Unterprogramme hören die Zyklen nicht auf den Dateinamen, sondern auf den Text, der nach dem Sprachbefehl PROC folgt. In unserem speziellen Fall sind Dateiname und dieser Text zufällig gleich. Als nächstes werden die Übergabeparameter spezifiziert. Der Zyklus erwartet hier zwei Kleidkommazahlen. Der eine Parameter innerhalb des Zykluses hört auf den Namen Depth, also Tiefe, der andere auf den Namen Infeed, also Zustellung. Diese Variablen müssen also nicht mehr explizit mit Depth definiert werden. Als nächstes folgt ein wichtiger Befehl, nämlich SAFE. Durch SAFE werden die modalen G-Code-Gruppen des aufrufenden Programms gesichert. Würde man im Zyklus beispielsweise auf Kettenmaß G91 umschalten, wäre es so sichergestellt, dass beim Rücksprung ins Hauptprogramm gegebenenfalls wieder das Absolutmaß hergestellt werden würde. Ansonsten könnte es nämlich zu Kollisionen führen. Der nächste Befehl, Single Block Off, unterdrückt die Einzelsatzbearbeitung. Das Einfahren im Einzelsatz erübrigt sich nämlich, da Zyklen in der Regel ausgetestet sind. Durch Display Off, das ist der letzte Befehl in dieser Zeile, wird die aktuelle Satzanzeige unterdrückt. Auch hier ist der Grund, dass bei getesteten Zyklen die Anzeige des Innenlebens nicht relevant ist. Für den restlichen Inhalt des Zyklus steht der komplette gewohnte Synumeric-CNC-Befehlsumfang zur Verfügung. Der Zyklus wird übrigens nicht mit M30 oder M17, sondern mit RET abgeschlossen, steht für Return. Dadurch werden beim Rücksprung die vorher mit SAFE gesicherten modalen G-Codes des aufrufenden Programms wiederhergestellt. Wurde an den Übergabeparametern, also in der Proc-Zeile, etwas geändert, ist ein Warmstatt der CNC erforderlich. Denn nur nach Power-On initialisiert Synumeric die Parameterschnittstelle der Zyklen. Änderungen innerhalb des Zyklus hingegen wirken stets sofort und benötigen somit keinen Warmstatt. Um den Zyklus jetzt im Hauptprogramm aufzurufen, geben wir einfach den Namen an. Die Werte für die beiden Übergabeparameter stehen in den runden Klammern. In unserem Beispiel waren dies 200 mm für Tiefe und 5 mm für die Zustellung. Anstelle von Konstanten können auch Variablen eingetragen werden. Wird nichts angegeben, setzt die Numerik die Werte auf Default. Das wären in unserem Beispiel dann für Tiefe und Zustellung jeweils 0. Soviel also zu unserem heutigen Thema Unterprogrammtechnik für die flexible CNC-Programmierung. Die theoretischen Grundlagen der flexiblen Programmierung habe ich mit Abschluss dieses Videos jetzt vollständig aufgezeigt. In den folgenden Videos werde ich weitere interessante Sprachbefehle vorstellen. Also unbedingt dranbleiben. Und natürlich auch auf den CNC4U Newsletter achten. Er informiert immer über aktuelles und wissenswertes rund um die Anwendung von Synumerik. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.